hallo und herzlich willkommen beim let's test von south park the stick of truth endlich ist es da es ist verfügbar für steam und ja ich habe es mir auf steam vorbestellt gehabt musste bis heute warten damit ich spielen kann für konsole kam sogar schon paar tage früh raus es wurde sehr lang verzögert das rauskam wegen hakenkreuzen die wurden zensiert bin mal gespannt wie sich das spiel auswirkt das spiel ist komplett in englisch aber mit deutschem untertitel und alle anderen texte sind auch auf deutsch wir werden jetzt einfach mal anfangen neu spiel in the lands of zara the humans of koopa keep struggled to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of larnia darkness falls as the humans beg their king to save them a noble king known only as the grand wizard for a thousand years the battle has been waged with only the bravery of the grand wizard to protect his human followers but even though the wizard king is so undeniably cool the drow elf armies continue their attack they seek the humans most treasured relic the stick of truth but the tides of war seems to change as news of a new kid spreads throughout the land in order to save the humans the grand wizard must get to the new kid before the drow elves can manipulate his mind and use him to take the sacred relic from human hands for whomever controls the stick controls the universe south park und da sind wir auch schon in der charakterstellung ja das kann bei mir immer länger dauern probiert es einfach mal aus also wir haben hier verschiedene hautfarben drei stunden später so ich habe jetzt den charakter genommen brille habe ich nicht genommen weil die etwas komisch aussieht ich zeige es euch mal ich nehme jetzt mal ohne brille ich kann ja auch ohne brille geht schon ja und die klamotten habe ich genommen weil die es mich so an an sherlock erinnern also sherlock cosplay quasi hier den fashion sherlock schalen jetzt mal hier weiter und schau mal weiter also ich werde euch nur ein paar szenen zeigen ihr solltet euch ihr solltet euch selber holen wenn ihr es ausprobieren wollt ist echt geil ich werde euch nur die paar szenen zeigen wo wirklich was interessantes passiert fangen wir mal an dann doch dann Das ist alles. Wir haben es geschafft, hon. Wir haben wirklich geblieben. Es ist ein neues Beginn für uns. Alles wird endlich gut sein. Du glaubst wirklich, es wird besser für ihn sein? Sie werden nicht für ihn hier schauen. Wir müssen nur erinnern, dass er keine Aufmerksamkeit hat. Komm, wir sehen, wie er ist. Lieber? Ihr seid alle? Hey, Champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, that's good he doesn't remember. Uh, sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like, like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Und da sind wir auch schon ingame. Ähm, ja. Wer heißt der, um dich im Raum zu bewegen? Spielt der mit seinem Handy rum? Also, ich finde den Sherlock Schal Sheldon. Kann so ein Schwamm sein. Den Sherlock Schal finde ich echt geil. Und wir haben sogar... Grünes Haarband! Oh mein Gott! Und die Frisur schaut genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das finde ich toll. Weißt du, bei mir muss der Charakter perfekt sein. Deswegen brauche ich immer so lang. So. Ähm. Türen und Behälter zu öffnen, drücke ich die Leertaste. Schau mal hier rein. Nichts. Da ist ein Lager. Auf Escape und zurück. So. Gehen wir mal hier weiter. Also, ihr habt mir sagen lassen, überall wo so gelbe Teile sind, kann man dann das aufmachen. Das heißt, überall wo nichts gelb ist, kann man es auch nicht öffnen. Hier zum Beispiel. Die Tür hat zwei Knäufe. Knäufe. Knäufs. Und eine kleine Taste. Geld. Und Baseballcard. Blub. 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 Und irgendwas war doch mit. Ja. Also, ich kann die ganze Zeit... Furzen. Ja, genau. Kann man es auch zu machen? Nein. Amt was aufzählen. Wie ich es gucke. Hilfe. So. Irgendwas war doch mit der Teile. S. Ah. Ich muss nochmal. Button Mesh. Okay, ich muss dann die Hand wechseln. Warte nochmal. Ach komm schon. Muss klappen. Ich hab keinen Knopf zum drücken. 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 Es hat geklappt. Wir haben den Knopf einen Scheiß bekommen. Oh. Wir können die Sachen umpupsen. Da ist nichts mehr, oder? Oh, dort. Wir können die Sachen einschlagen. Brandale! Shellock Attack! Jetzt sind wir draußen. Es ist echt total geil. Oh. Total geil. Ähm. Es ist von der Grafik her auch. Geil. Du sollst mit meinem Warhammer sterben, Drow-Elf! Äh, äh. Ich bin zu dem Waldraum. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Ha, ha! Hey, nicht wahr. Das ist falsch. Ich werde meine Mutter sagen. Danke, Kind. Ich wusste nicht, dass er eine Gesundheitspotion hatte. Mein Name ist Butters the Merciful. Ich bin Paladin. Ich lebe neben dir. Wir sollten Freunde sein. Yeah, wir haben einen neuen Freund. Also das Menü ist so Facebook-artig aufgebaut. Hey, alle, wir haben einen neuen. Der mit uns spielt und er sich... Und er und ich sind Freunde. Also wird ihn niemand ärgern. Ja, ich kann nicht lesen, Olli. Wir haben eine Surfer-Perücke gefunden. Die ziehen wir aber nicht an. Die ist hässlich. Wir bleiben bei unserem Sherlock-Look. Sherlock-Look. Farben. Da kann man die Farben dann immer noch ändern. Ist cool. Können wir jetzt so Emo-Haare machen. Nein, die lassen wir nicht. Äh, schluss. Jetzt, dass wir Freunde sind. Du solltest mit dem Wizard-King sprechen. Er hat über deine Anrufe gesprochen. Der Wizard lebt hier. In der Greenhouse. Over there. Okay, okay. Wir gehen zurück. Hey, woher bist du? Neue Nachrichten. Woher lebte du, bevor ich hier verhebte? Vollgebatten. Was ist das hier? Das Furzen ist so geil. Das war nicht so geil. Oh, das ist das Schiff zu Compareden. Oh, das ist das Schiff gedrückt. Ah, das ist eine große Schiff. Was auch cool ist, ist, was ich beim PC jetzt so genieße. Das fällt mir beim Spielen an Konsolen immer nie auf, weil ich das nie mit Headset mache. Stereo, also links, rechts, oben, unten, hört man wirklich. Woher das kommt? Oh, kreis. Sie gehört nicht zum Spiel dazu. Ist das Spanisch? Ja, das ist Spanisch, da können wir doch reingreifen. Ok, Okama, Gamesphere, Gelds, Cartmans, Garagenschlüssel, Böser Cartman, Spitzball. Und wir können die Frense ausscheiden. Tschüss, Mom. Oh, my. Ist das Spanisch? Das Spanisch. WELCOME Ja! Ähh, sprich mit Cartman. Wir können uns hier schon umschauen. Ist doch schön. Ah, du hast die Training-Area gelegt, wo unsere massive Armee lernt, um zu kämpfen. Der Wieser-Stump. Vielleicht ein Tag, werde ich dir zeigen, was es macht. Kann man da hoch? Jaaa! Oh, das sieht man ganz aus. Behold, das distanten Raum des Unternehmens. Haus der korrupten Merchandler und unabhängige Menschen. Du hast ausgesucht, Neukid, weil Menschen überall sind in großem Gefahr. Ich brauche etwas von dir. Und in return, ich bin bereit, dich in mein König. Ich weiß, dass du sehr glücklich bist. Es ist Zeit für deine erste Reise. Aber erstens, bitte sag uns deinen Namen. Ja, wir heißen... Desnes, wer hätt's gedacht. Du entdeckst Douchebag, ist das korrekt? Nein. Du bist sicher, du willst den Namen Douchebag? Ja. Sehr gut, Douchebag! Du wirst jetzt eine Klasse wählen. Krieger, Mage, Thief oder Jew? Jetzt können wir wählen zwischen Kämpfer, Magier, Dieb und Jude. Ja. Jeder würde an dieser Stelle jetzt den Juden nehmen, weil ich meine, in welchem Spiel kann man schon als Klasse den Juden auswählen? Ähm... Jew, huh? So, I guess we'll never really be... Super? Ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. So, I guess we'll never... You look sneaky enough to be a thief. Ich spiel immer den Dieb eigentlich. Ähm... Fighter ist halt so... Jetzt sehen wir, worum's hier wirklich geht. Ja, ja, ja. Die Barre of my kingdom costs $9.95 for the first week. $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position!